Colortec ist die Produktinnovation bei überstreichbaren Tapeten. Der mehrfach ausgezeichnete Wandbelag sorgt überstrichen für einen einzigartigen Effekt. Die Streifen und Ornamente auf diesen Tapeten sind mit einem wasserabweisenden Lotus-Effekt beschichtet, auf welchem geeignete Lasuren abperlen und leichte Farbüberschüsse als spannender Vintage-Effekt auf der Oberfläche zurückbleiben. Das offene Vlies der Tapete nimmt hingegen die Lasur sehr gut an. Der Vintage-Look kann durch entsprechendes Nachbearbeiten nahezu aufgehoben werden. Pigment Colortec ist für Lasuren konzipiert. Verwenden Sie stets lösemittelfreie, weichmacherbeständige und dünnfilmige Lasuren mit einer langen Offenzeit. Eine entsprechende Farbempfehlung erhalten Sie von Ihrem Groß- und Fachhändler. Vor der Schlussbeschichtung empfehlen wir eine Probefläche anzulegen. Achtung, Farbänderungen sind im Nachgang bei Lasuren nicht möglich. Für den Vintage-Effekt werden gute Lasurergebnisse mit einer Ovalbürste erzielt. Bringen Sie dazu die Lasur im Kreuzgang auf und ziehen Sie anschließend mit der Ovalbürste nochmals in eine Richtung ab. Es entsteht ein ungleichmäßiger Vintage-Effekt. Der Vintage-Effekt lässt sich nahezu aufheben durch zusätzliches Verschlichten. Verwenden Sie einen Lasurwischer und nehmen Sie die überschüssige Lasur in eine Richtung ab. Je nach Sättigung den Wischer gelegentlich ausstreichen. Wichtig ist hierbei, dass dieser Arbeitsschritt unmittelbar nach dem Erstanstrich Nass in Nass erfolgen muss. Arbeiten Sie in den Beschneidebereichen nur Nass in Nass. Unsere Empfehlung, arbeiten Sie zu zweit, um Farbansätze und Antrocknungen zu vermeiden. Alle Informationen zur Verarbeitung finden Sie im technischen Merkblatt direkt über den QR-Code auf dem Tapeteneinleger und in der Kollektion oder unter www.architekts-paper.com.